Ich habe mich in letzter Zeit sehr stark mit dem Thema Lottofluch beschäftigt. Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen am Anfang so glücklich sein können, am Ende Ehen auseinander gehen, Familien auseinander brechen, Menschen in irgendwelche Alkoholsucht geraten, am Ende sterben, was auch immer. Also das Thema ist sehr, sehr wichtig für mich persönlich. Ich habe mir insgesamt 8 wichtigsten Punkten aus gesamten Videomaterialien und vor allem das, was ich mir bisher durchgelesen habe im Netz, für euch zusammengestellt. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie, liebe Freunde. Also ich müsste mir sehr viel Material reinziehen, um euch diese Punkte zusammenzufassen können. Deswegen bitte ich euch darum, diese auch wirklich zu beherzigen. Lottogewinn darf nicht als Gewinn, sondern es muss als Einkommen betrachtet werden. Dann funktioniert das Leben auch vorher nicht. Wenn wir arbeiten gehen, wir bezahlen in Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und, und, und. Also es gibt sehr viele Versicherungen, in denen wir einbezahlen. Vor allem wir sichern uns auch noch privat ab. Das bedeutet, absichern ist A und O, wenn es um Lottogewinn geht. Aber viele Menschen sichern sich vorher gar nicht ab. Sie spielen einfach nach dem Motto, ja, ich werde irgendwann mal gewinnen, wir schauen dann mal weiter. Nein, man muss sein Lottogewinn vorher wie im Berufsleben absichern. Wie kann man sich jetzt absichern? Punkt Nummer 1. Tippgemeinschaften bilden. Warum überhaupt Tippgemeinschaften bilden? Mir persönlich geht es darum, das schlechte Gewissen loszuwerden und nicht immer allen gegenüber nach dem Gewinn Rede und Antwort stehen zu müssen. Ich als Lotto-Spieler gründe eine Tippgemeinschaft. Familienmitglieder oder Freunde können gerne daran teilhaben. Wer mitmacht, kann gerne ein Stück vom Kuchen abhaben. Wer nicht mitmacht, hat Pech gehabt. Und darf nicht später schmarotzen, kommt und sagen, gib mir Geld. Nein, du hattest vorher die Möglichkeit gehabt, mitzuinvestieren. Das hast du nicht gemacht, also tschüss. Punkt Nummer 2. Glückteilen bedeutet nicht Geld zu teilen. Also wenn du jetzt im Lotto gewonnen hast, musst du nicht dein gewonnenes Geld mit anderen teilen, sondern das Glück. Was bedeutet Glück? Zum Beispiel, du veranstaltest Partys oder du mietest ein Boot und ihr fahrt auf hoher See, keine Ahnung, oder ihr fahrt alle zusammen im Urlaub. Das ist Glück teilen. Du musst nicht das Geld mit anderen teilen. Du bist auch nicht verpflichtet, jemandem irgendwas abzugeben. Gibst du von deinem Einkommen jemandem etwas ab? Nein, tust du auch nicht. Also warum sollst du von deinem Gewinn jemandem etwas abgeben? Punkt Nummer 3. Materielle Dinge ja, Geld nein. Wenn die Oma zum Beispiel das Kühlschrank kaputt gegangen ist, kannst du diese gerne ersetzen. Oder wenn dein Opa, keine Ahnung, irgend so eine Gehhilfe braucht, kannst du diese gerne ersetzen. Aber du darfst niemals jemandem Geld geben. Denn Person Nummer 1 erzählt das Person Nummer 2. Das Ganze löst eine Lawine aus und alle kommen immer wieder zu dir und wollen von dir Geld haben. Ihr seid niemandem zu irgendetwas verpflichtet. Das Geld gehört euch. Vor allem, ihr müsst auch lernen, Nein zu sagen. Leute, das schwöre ich euch bei Gott. Alle Lottogewinner haben bis jetzt das Gleiche gesagt. Sie haben nie gelernt, Nein zu sagen. Weil immer, wenn jemand gekommen ist und nach Geld gebettelt hat, ja bitteschön. Hier hast du dein Geld, nimm dein Geld, nimm dein Geld. Als hätte man das Ganze irgendwo geschenkt bekommen. Leute, das ist kein Geschenk. Wisst ihr warum? Ihr habt das ganze Leben, ihr habt doch für das Geld gearbeitet oder nicht. Die gearbeitete Gelder habt ihr dann in Lotto investiert. So, und wer investiert, verschenkt das Geld nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, man darf das gewonnene Geld niemals in irgendwas investieren. Das bedeutet, viele Lottogewinner, die ihre Vermögen in irgendwelche Aktien... Leute, ich habe heute ein Thema gelesen, die Frau hat in Pferdewetten ihre Geld investiert, ja. Man darf das Geld nie investieren. Ich weiß, das klingt blöd, wenn man vielleicht eine passive Quelle findet, ja, wie ein Zigarettenautomat, ja. Da kann man gerne Geld investieren. Aber jeder, der investiert hat, hat bis jetzt alles verloren. Anstatt zu investieren, sollte man lieber Gewinn durch Alter gleich Verfügbarkeit pro Tag ausrechnen. Ihr müsst auch mal euch ein bisschen mit dem Thema Money Management auseinandersetzen. So und so viele Millionen habe ich gewonnen. So und so viele Jahre alt bin ich. Wie lange würde ich noch mitmachen? Wie lange würde ich noch leben? Das Ganze kann man dann ausrechnen. So und so viel Euro steht mir am Tag zur Verfügung. Dann stellt man sich zwei Kontos zusammen. Auf Konto Nummer 1 kommt Gewinn. Konto Nummer 2 kann man über Dauerauftrag, genau das Geld, was einem pro Tag zur Verfügung steht, mal 30 oder 31 Tage, sich ausbezahlen lassen. Das Ganze funktioniert wie Einkommen und ihr habt euch über 7 Punkte abgesichert. Zu guter Letzt kann man auch vielleicht umziehen in eine ganz andere Stadt, wo man von ganzen Schmarotzen und diesen ganzen komischen Menschen die Ruhe hat. Ihr müsst euch immer eine Frage stellen. Ich soll mein Glück mit anderen teilen. Gut, als ich schlechte Zeit im Leben hatte, als es mir nicht gut ging, waren die Leute für mich genauso da? Haben die mir zugehört? Waren die für mich da? Nein, haben sie nicht. Viele waren gar nicht da. Sie kommen nur schmarotzen, weil du was gewonnen hast. Du bist auf einmal wichtig, weil du etwas Materielles gewonnen hast. Du bist doch nicht als Mensch wichtig, denn sie wären doch sonst vorher auch für dich da, oder nicht? Also man muss auch mal das Ganze ein bisschen logisch betrachten. Bisschen, bisschen egoistisch sein. Also gesundes Egoismus tut auf jeden Fall einen gut. Und damit hat man sich über mindestens 8 Punkte abgesichert. Also ich habe euch bis jetzt das Allerwichtigste, was ich zumindest selbst gelernt habe, zusammengefasst. Wenn ihr nochmal das Geld aus dem Fenster schmeißt oder irgendein Blödsinn damit anstellt, das Unglück dann auf Lottofluch projiziert, seid ihr selber schuld. Es gibt keinen Lottofluch. Man muss einfach lernen, mit seinem Geld umzugehen. Wenn man diese als Einkommen sieht, dann kann nichts schief gehen. Alles Gute, ich hoffe, ich konnte euch erreichen. Bleibt knallhart. Bleibt egoistisch. Das Geld gehört euch. Ihr habt investiert. Jetzt könnt ihr davon profitieren. Alles Gute und bis bald.